Hey Leute und herzlich Willkommen zu einer Runde Bär-Tours auf meinem Kanal der eventuell zweiten Runde mit der bunten Mütze da da ist sie ja richtig so unser mate baut zwar jetzt irgendwie falsch aber keine Ahnung wenn er es so gut findet ich würde ja jetzt eher rechts zehn blöcke nach rechts also so ist richtig okay unser mate ist glaube ich definitiv komitant baut er sich gerade in die Mitte? äh ja also zum Eisen erst naja gut zum Eisen geht aber solange sich nicht weiter jetzt in die Mitte baut ist alles gut na moin und fahr erst mal runter so ach neee Selma ist so hart kompetent wie ich ach Tanksx never come back wow ja hart kompetent und genau da bin ich runtergefallen so muss es laufen ich rieche nicht so Bett einbauen ja mhm ok oh ja alter war das easy dann kann ich mir mal Kills gönnen ne ja da kommst du dann wieder ok ja ja klar ich baue die Bett nach und dann sowas ja zwei kills cool komm doch hin ich baue jetzt aber auch noch ein Bett ab keine Sorge Leute ich will jetzt nicht hier so der Abstabber sein ne haha ja ja Ich baue jetzt mal oben OneStick weiter, oder? Ja. Ich baue auch mal einfach OneStick von dem Weg. Loll! Da fliegt einer! Unser Beet hängt! Ernsthaft? Ja, die ist gerade geflogen, no joke! Vielleicht hat er auch einfach Ente gemacht. Nein! Die ist wirklich geflogen! Abgestoppt wird abgestoppt, okay. Bist noch auf dem TS hier, oder? Ja! Okay. Ja! Och, das ist ja noch schön! So, jetzt werden die erstmal schön weggestompt gleich. Soll ich unser Beet mal mit Cop-Apps einbauen? Ja. Och! Ich habe gerade irgendwie so einen halben 360 gemacht und dann bin ich runtergelaufen. Oh nein! Nein! So. So. 29 reicht. Och Gott. Der hat mich gerade fast getrickt 360, der mein Mail. Wie Noah. Wie Noah. Hast du das Video von Mini gesehen? Hä? Ne. Mit dem Double Trick 360 in seinen CW-Clips. Das war Noah. Echt? Ja. Hä? Hä? Wann hat er es hochgeladen Mini? Boah. Keine Ahnung. Das war da, wo er mit uns auf dem TS war. Das war Noah in den Clips. Nein, der macht Ente. Unser Teammate. Echt? Das hört gerade übel aus als ob er hackt. Ja, das ist eigentlich eine gute Taktik. Aber wenn man die Ente nicht sieht, dann sieht es nach Hex aus. Stimmt. Achtung! Von hinten? Ja, ja. Schlecht auch nicht. Ich renne jetzt erstmal durch zu Lila. Auch den Lila juckt es gar nicht, dass ich zu ihm gehe. Ist okay. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Och. Also was ist das denn? Ich wollte gerade jetzt eine Bett abbauen und dann kommt so ein Typ von hinten. Aber auch nicht von unserem Team. Und schlägt mich runter. Tja. Heißkalt. Ohne zu fragen. Äh. Keinem Ding, die Uhren von heute, ne? Dr. Felix ist am Start auf jeden Fall. Oh, was war das denn für ein Anti-Stomp von ihm? Bett von Team Grünen. Ach, Dr. Felix. Ich hab da gesagt, er ist am Start. So. So. So, jetzt schwitze ich, jetzt schwitze ich richtig rein. Ich muss jetzt Team Lila kriegen. Spritzer Mode. Okay, der eine geht schonmal zu, ähm, grün und wird sich da Kills abholen. Der andere baut sich in die Mitte von Lila, also ist ne ganz gute Chance. Ein Lilainer kommt zu uns. Ah ne, okay. Hat sich erledigt. Selbst wenn unser Bett ist eh voll Cup. Nein. Ja. Richtig. Ja, warte mal. Ich muss hier durch. Ach, ich bin... Ich fall vor'm Ballager runter. Komm einmal, weil es so schlimm war, können wir please sleep probieren. Wuh! Mein Gott ey, was mach ich denn? Ist da jemand bei unser Bett? Äh. Ne, das bist du. Ja, das bin ich. Na, deine ist ja alles heftig. Ich bin's, der Weihnachtsmann. Okay. Willst du dein Weihnachtskin nicht mal raus machen? Weihnachten ist vorbei. Hm? Dein Weihnachtskin... Weihnachten ist vorbei. Das ist eigentlich gar kein Weihnachtskin. Ich bin einfach geedited und ich find den so cool. Ist zwar rot und grün halt weihnachtlich, aber... Ja. Eben. Und... Jonas? Sind das die neuen Yeezys? Klar. Die blauen. Kennst du nicht die... Boost 340 Ausruferwort? Kennst du nicht, ne? Ne. Ne, ne. Das hab ich mir schon gedacht. Oh, man. Oh, lol. In der Mitte kommt ein lila. Genau. Ja, gut. Der ist unten. Ey, er fackt bisschen mehr abgehen, ne? Der defekt worden an vom Aui gerackt. So. Zack. Wrecked. Never come back. Wrecked. Bei Ausruferwort. Jetzt kommt hier so ein Widerner angehustelt. Aber das ist kein Problem für den King. Wow. Okay, jetzt hab ich Indo gesueslapet. Das war's auch schon. Ich würd's grad sagen. Ich würd eigentlich mal Block-Image so richtig heftig machen, aber... Da war dann nicht genug, ähm, ne? Ja, moin. Seid ihr gleich fertig mit der Runde, oder? Ja. Ein Team lebt noch. Oh, das war voll Kapp und so, aber hell. So. Jetzt müssen wir jetzt eine ausgeklübliche Taktik. Oh, ich hab nicht zurückgepackt. Okay. Pass auf, jetzt kommt... was? Hacks. Nur am Rhein-Hexen. Oh, Leute. Ich hab mir da einen Weg. Boah, dieser Typ, ne? Bitte, man, ey, ich will jetzt einfach mal... Neeeee. Ok R F Leute Das war gerade knapp Man Jetzt kommt dieser Steve hat invest schon wieder Der mich dann gleich wieder weg invest Wie sein Name schon sagt Schlimm Alle Leute hacken nur noch Oh Leute wir haben 24 Gold Na gut So Den haben wir auch weggeweckt Jetzt Muss ich mal überlegen Wow Oh Was mache ich oh mein Gott Oh mein Gott okay Weißt du was im Endeffekt 4 Ach ne die haben keine Schlimmungs Ja der hat halt echt invest hier der eine Er ist einfach Steve hat invest und hat dann irgendwie die Range drin oder so Was hat denn der für ein Ping so Ähm 76 also Ja Wird beim auch angezeigt Ja Aber irgendwie hat der immer gleich für ein Knockback bekommen Muss ja jetzt nicht heißen dass er hackt aber War schon ein bisschen auffällig Leute Leute was ist denn das für eine Runde Warum zieht die sich so ewig Weil wir alle haben Ja Ja Lass mich ja stumpen oder was No Oh Ach Endlich Mensch Schön Okay Den Steve mit Invis habe ich schon gemacht Ja Der eine Steve Also der wirklich Steve hat mich auch Ne Ich habe den Steve mit Invis Och Mensch Ey Ich komme jetzt erstmal hier schön Zeug Tja Leute War jetzt zwar keine Bettabbaurunde aber Tja Immerhin haben wir die Runde gewonnen Noch nicht Doch Doch Also das wäre jetzt schon sehr krass Ne Wenn wir jetzt noch verlieren Wenn die jetzt noch irgendwie Wenn die jetzt in die Mitte gehen würden vielleicht Dann richtig halt anfangen mit Gold zu spielen Dann könnts mal so ne Aber Wir spielen doch schon mit Gold Ich spiele ohne Gold Beziehungsweise unternehmen wir jetzt Also ich habe mir jetzt einen Eisenschwert gekannt Weil da sind ja eher alle Betten weg Und die habe ich ohne Gold geholt Ja die nächsten Sooths werde ich jetzt einfach Ja ist so Was ist deine Mission Bruder Komm ran Komm ran Junge Step Jetzt geht er zu uns Welcher? Cool dass er jetzt auch irgendwie angemacht hat Aber ich habe ihn Oder er hing einfach am Block Das war auch Schön Zwei leben noch Okay die ist zu zweitig auch Ja ich komme jetzt auch wieder Aber wie er sich towert Ja Das ist dann halt echt ein bisschen bitter Wenn man Ich habe eine Idee was ich machen könnte Wenn ich das schaffe ne Was ist das denn? Nein, das hältst du die Schnauze. Das ist kein Ding für den King. Das ist echt kein Ding für den King. Dann soll er sich halt tauern. Weil wir ihn irgendwie sowieso kriegen werden. Habt ihr, ähm... Wo ist denn der? Wachstubierungen oder habt ihr Dauersenden? Ich hab Dauersenden, glaub ich. Ich auch. Den mach ich auch. Alter, was ist denn? Was ist denn für den Steve? Achtung, Jonas. Ja, komm her. Komm her, Junge. Ja, wir haben ihn. Nice. Ja, Leute, ich würde sagen, das war jetzt eine etwas längere Runde. Aber dann bis zum nächsten Mal. Tschau.